Herzlich Willkommen liebe Wanderverliebte! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich heute in Ernzen und ich gehe den Rundwanderweg Nummer 54 des Naturparks Südeifel durch die Teufelsschlucht. Der Weg ist 8,1 Kilometer lang und führt mich über 184 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann bleibt dran! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Momentan bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, was den Weg angeht, denn einerseits muss man sagen, dass die Gegend hier wirklich sehr schön ist. Es gibt hier schöne Waldwege, kleine Bäche, schöne Felsen, das gefällt mir alles sehr gut. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich vor ein paar Jahren schon mal hier war, da bin ich den Rundweg Teuflische Acht gegangen und damals ist man noch mehr durch die Teufelsschlucht gegangen, noch mehr durch diese Felsengänge hindurch. Das fand ich noch so ein bisschen spannender. Das ist mir heute ein bisschen zu kurz gekommen bisher. Und da muss man natürlich noch dazu sagen, dass 2021 die Flut hier ihre Spuren hinterlassen hat. Gerade hier bei den Irriller Wasserfällen, da ist die komplette Brücke weggeschwemmt worden. Und auch ein Teil des Wasserfalls ist jetzt hier so ein bisschen deformiert. Das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber da kann der Weg natürlich nichts dafür. Aber trotz alledem, wie gesagt, ist mein Fazit so ein bisschen durchwachsen. Ja, wir sind ja jetzt hier in der Nähe von Bitburg und deswegen trinke ich heute mal ein Bier aus der Bitburger Braugruppe. Allerdings kein Bitburger an sich, sondern ein leckeres Köstritzer. Das habe ich zu Hause schon mal ein paar Mal getrunken. Das handelt sich dabei ja um ein Schwarzbier. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von Schwarzbier haltet. Ich bin eigentlich, was das angeht, relativ aufgeschlossen. Ich mag das als Abwechslung ganz gerne, auch wenn ich normalerweise die hellen bevorzuge. Naja, in diesem Sinne, Prösterchen! Ja, also Röstaromen, sehr malzig. So ein Hauch von bitterer Schokolade vielleicht oder Kaffee. In diese Richtung geht es hier. Also hat deutlich mehr Charakter als jetzt ein helles. Ist nicht jedermanns Sache. Mir schmeckt es, wie gesagt, zur Abwechslung ganz gut. Und ich genieße es jetzt noch ganz in Ruhe und mache mich dann gleich auf auf die zweite Hälfte. Und ich genieße es jetzt noch ganz in Ruhe. Und ich genieße es jetzt noch ganz in Ruhe. Und ich genieße es jetzt noch ganz in Ruhe. Und ich genieße es jetzt noch ganz in Ruhe. Und ich genieße es jetzt noch ganz in Ruhe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich befinde mich am Ziel des heutigen Weges und komme daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich beschreiben als eine kurze Waldwanderung, die sowohl über schmale als auch über breite Wege verläuft. Am Schluss geht es nochmal kurz über Felder und Wiesen sowie durch den Ort Ernzen. Als Tipp hätte ich für euch, dass ihr diese Tour auf jeden Fall nicht am Wochenende macht, sondern unter der Woche wie ich, da hier am Wochenende aufgrund des Dinoparks sehr viel los ist. Das wäre dann auch mein nächster Tipp, falls ihr mit Kindern hier seid, dann wäre der Dinosaurierpark etwas für euch. Und last but not least, wenn es euch auf die Felsen ankommt wie mir, dann wäre es vielleicht eine Alternative, eine andere Route hier zu nehmen, bei der der Felsanteil noch höher ist. Ja, das wäre dann gleichzeitig auch mein größter Kritikpunkt an dieser Strecke, dass die Felsen so ein ganz kleines bisschen zu kurz kommen. Und dann muss man auch noch sagen, die letzten zwei Kilometer sind auch nicht sonderlich spektakulär. Was mir hingegen gut gefallen hat, das waren die Reste des Irrla Wasserfalls, dann auch natürlich die schönen kurzen schmalen Waldfahrtabschnitte sowie die spektakulären Felsen. Unter dem Strich erhält die Tour daher von mir 7 von 10 Punkten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch weiterhin Wander-Tipps erhalten möchtet, dann wisst ihr, worüber ich mich freuen würde. Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.